Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Back 4 Blood und damit wieder so eine neuere Runde. Wir fangen wieder dort an, wo wir aufgehört haben, und zwar bei der Glock. Ja, ich hatte ja, glaube ich, schon mal das Nennen versucht, bin aber dann gestorben. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. So, jetzt suchen wir uns mal die Karten aus hier. Und dann starten wir mal. Gucken wir mal, ob wir das diesmal schaffen. Okay, ich glaube, die ist besser, ne? Ich glaube, die ist besser, ne? Genau. So, gucken wir mal, was können wir jetzt hier noch mitnehmen? Nichts weiter, ne? Außer die Küsten hier. Monsignung, Gesundheit, Panzerung, alles voll. Hm. Hm. Ich bin aus hier. Okay. Okay. Over here! Over here! Woah, I can't stop it. Okay, das ist ein Blumen. Okay, das ist ein Blumen. Ich hab den Ansatz. Ich hab den Ansatz. Nicht ein Problem. Ich habe dich. Over here? Over there! Versuchen wir, wenn es geht, bloß nicht die Krälen aufzurücken. Ich habe mich nicht aufgerufen. Ich habe mich nicht aufgerufen. Ich habe mich nicht aufgerufen. Von derENCEm Marcel liegt. Im Super-Date-Death-Death-Death-Death-Death-Death-Death-Death-Death dasselbe. Das Spiel hat sich nicht eingebaut. Das Spiel hat sich nicht eingebaut. Wo ist denn mein Neuer dafür? Ammo over hier! Need that. We're not immune for nothing, there's a plan, but who or what made it is yet to be discovered, it at all. We should get hazard pay for this. Come to think of it, we should just get paid. Gotta reload! Hey, do you want ammo or what? Hold me! Pop! Grenade! Shocker! So I'm going to get rid of this, of course. I'm going to get rid of this. Oh, my hero. Here, let me take care of it. Someone else's name on it. Can't have you bleeding to death now, can we? Loader! Need to reload, tab up here! Paul Boy, da! How do I get myself in these messes? It's nearly down! It's weakening! Hey! Really? Can't play nice this once? Exploder there! Come on! Come on! This way! Come on! Okay, let him go! Paul Boy! I've got you! 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 Where is it going so soon? With all that noise you've been making, you've brought every written in the area down on you. Stop it! SMG! Erreiche den Schatzraum, okay. Äh, müssen wir da spielen lassen. Scheiße, das ist so schön. Ja, das war's aber. Das war jetzt so lustig, Mann, aber nicht mehr. Was ist das? Okay, thanks, I'm good. I never thought I'd be doing this when I was at medical school. So, geh rein. Hey, you haven't got all day, you know. Knew we could do it. Oh, der steht da so halt in der Tür. Aber gut, wir haben das Dettel abgeschossen. Ja, dann würde ich sagen, war's das an dieser Stelle schonmal mit dem Level und mit der Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen da oben freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich bis dahin schon. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschö! 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 Untertitelung des ZDF, 2020